Musik 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 Ach come on Musik 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 Und wir können wieder zurück zu einem weiteren Part von LPU Adventure Map Und ja, wir spielen hier wieder weiter bei diesem tollen bei diesem tollen Map Zombie Escape Und ja, hier haben wir wieder den Bug mit den leeren Christen wegen 1.7 und 1.8 Wechsel blablabla Und Hilfe schon mal Oh So So Und ja, ich würde sagen Oh Okay Perfekt, haben wir den schon mal weg Kein Problem für ein Monster Zeroes Schauen wir mal was hier ist Nichts perfekt, also Wie nochmal Kizu perfekt Aber Das wissen wir jetzt mal So Nehmen wir lieber mal hier hin Hier können wir wieder zurück gehen Lüchter 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 So Perfekt Bedroom Braucht es noch ein Bett Damit es ein Bedroom ist Schließlich Heißt ja Bedroom So Hallway Key Haben wir den mal Ich glaube das war sogar die Quest Ja Also wieso halb? Müssen wir noch den Hallway überhaupt finden? Was auch immer das ist. Kein Plan was das ist, ehrlich gesagt. Ja, okay. Hier ist... Ah, dieses Zombie. Müssen wir nicht unbedingt nochmals sehen. Ist das Hallway? Das Library Kitchen. Oh Gott. Super, 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 super. Super, super, super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, super. Okay. Bedroom. Ja, jetzt können wir alles wieder zurück gehen. Perfekt. Cool. Awesome. So, das ist scheiße. Das ist okay. So, okay. Jetzt sind wir hier. Wieder. Wie kommen wir hier wieder raus? Ich weiß es nicht mehr. Oh, okay, hier, genau. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Wo ist der Hallway gewesen? Ich glaube hier irgendwo. Auf der anderen Seite. So, 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 genau da. Oder was auch immer das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Oh Gott. Ach Gott. Ja, so, Alter. Komm mal jetzt. Come on. Der Sound ist auch ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. So, da. So, ich kann mich ein bisschen orientieren, wenn ich zwei, dreimal sterbe und immer wieder das Gleiche tun muss. Alter, komm jetzt. Der Zombie aber, der nervt wirklich. Der nervt wirklich, wirklich, wirklich. So. Zombie, komm her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott ahnung was das ist find the backyard key to open the door okay so wir kommen ja sogar ganz okay voran ist aber nicht so kompliziert wie vorhin das ist die lösung auf das problem eigentlich sogar da war wo wir die zombies eingesperrt haben ich glaube ja ich weiß nicht ob ich hier reingehen wollen soll wollen will super nee eigentlich will ich das gar nicht ich tue es trotzdem mal okay eins nach sicht weißt du was ich fühle mir einfach mal das ganze inventar so direkt so wo sind wir jetzt ich weiß es nicht was ist das überhaupt ist eine kiste mit gar nichts drin bla 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 finden wir hier irgendwas wahrscheinlich wäre hier irgendwas ganz spezielles was ihr unbedingt finden würden oder sollten wo schauen wir hin ich gehe mal hier hin wenn wir glaube ich vorhin noch nicht oder ach so okay ja perfekt geil so kitchen oh nee ach so ich kann nicht mal schlagen okay das ist ja irgendwie verbuggt habe ich das gefühl ach so warte mal ist es nee das ist nicht hier nee ist nicht hier okay ah das ist hier oh da wenn wir ja vorhin mit dem kleinen jump and run okay das verstehe ich nicht ganz das muss ich nicht verstehen da muss ich hin und wir haben den backyard key nice so okay kommen wir doch ein bisschen voran so hierdurch müssen wir jetzt glaube ich so perfekt hier ist ja der zombie der nicht so nett ist irgendwie und bla 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 was soll ich jetzt tun oh come on ich weiß nicht was ich tun soll beziehungsweise ich weiß nicht wo dieser oh god ich kann gar nicht kommentieren gerade ich bin so verwehrt gerade von der map und renne eigentlich gar nicht in eine sinnvolle richtung bist du sowas fühlen wie haben wir hier schon ich glaube nicht oder oder doch oder doch ich glaube schon ach so das ist perfekt gut oh gott der zombie ist gerade hinter mir perfekt so okay jetzt nichts auch schön hier ist eine truhe mit viel nichts oh nein 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 ok die sind langsam hu hu so wie Ja, geil Super Also hier runter kann ich Ah, nee, ich kann ja hier hin Perfekt, cool Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas tun soll Aber naja Swimming Pool Ist hier ein Swimming Pool? Achso, das hier Das hier ist ein Swimming Pool Was für ein fetter Swimming Pool ist das denn? Das ist Blut, okay Oh Okay Ich gehe mal nachher hin Security Control Hier müssen wir wahrscheinlich auch mal wieder durch Oh Gott, die Map Is, what the fuck Was ist los? Your glasses and your night vision Has been stolen, okay Ja, super Ich sehe, null Wisst ihr was? Ich sehe wirklich gerade Oh, das ist I should become a zombie Ich sehe jetzt Ich sehe jetzt wirklich gerade nur schwarz Ich sehe das weiße Teil in der Mitte Ich sehe die Hotbar Ich sehe nichts Ich sehe nichts einfach Was soll ich tun hier? Ich drehe mich gerade ein bisschen Ach, come on Ach, das hasse ich Das hasse ich wirklich Ich werde ich könnte jetzt 10 Minuten lang hier sein Und einfach nichts machen Ich sehe dich Und einfach nur schwarz Tschüss Ah Halt der Helle, Fresse, Zombies! Das ist nichts. Ich orientiere mich wirklich gerade wie so mein Blinder, der mit seinem Stock versucht irgendwie was hinzukriegen und zu hören, ob froh immer etwas ist und Spaß, ich sehe null. Ich sehe einfach nichts, wirklich gar nichts. Was ist das überhaupt? Wie soll ich hier irgendwas herausfinden? Ich habe wirklich null gesehen. Wenn ich hier irgendwas gesehen hätte, dann wäre es okay gewesen. Aber ich habe wirklich null gesehen. Null Prozent. Finde ich gut, dass ich das wirklich gemacht habe. Weil, oh Gott, ich habe wirklich null gesehen. Okay. So. Ich gehe mal wieder in... Mit Glasses vor allem. Jetzt habe ich Brillen habe. Ich bin noch nicht so ein Nerd. Okay. Ähm. Was ist hier? Wie? 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 Ich habe das so gesehen, wie? Wie? Wie hier? Wie? Wie? Ich kann nichts machen. Muss auch runterspringen. Oh, hier ist ein anderer Weg. Oh Gott. Oh, hey, man. Human, dude. I haven't taken off your cloth. Jetzt. Jetzt? Jetzt? Oh Gott. Wie so ein pädophiler Zombie, eh? Jedes Mal das Gleiche. Okay. Wo sind wir jetzt? Ach so, wir sind hier unten. Irgendwo. Ja. Schön. Wie soll ich da oben hinkommen? Ach so, hier ist... Nee, warte. Hier ist doch nichts. Hier soll ich irgendwie rüberkommen. Wenn ich das mit Jump'n'Runs richtig drauf habe, könnte ich das schaffen. Aber ich glaube, ja, ich habe das eigentlich. Ich habe... So, ich springe jetzt immer. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen cheat'n, aber... Ich will es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Ach Gott. Wir sind schon 15 Minuten aufnehmen. Ich glaube, ich mache hier auch die... Absprachsage... Bla, bla, bla. Ich habe es fast geschafft. Wow. Ich glaube, ich werde noch sterben. Egal. Zwei Versuche noch. Ach Gott. Noch zwei. Das war scheiße. Eins. Und... Ich muss hier mal ganz viel Mühe geben. Ja, es ist geschafft. Siehst du. Es geht. Wow. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich glaube, hier könnten wir hier rüber gehen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüssli, tschli. Tschüssli. Und... Ja. Ciao. Egal. Also ich mache jetzt hier noch eine Abmoderation. Eine bessere, damit es einfach passt mit der Musik. Und ansonsten würde ich sagen, weil das Spielboxen gehört nicht zur Musik. Und dann klingt alles scheiße und bla bla bla. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüssli. Düsseli. Doodle-Di-Di-Dau. Und... Ciao. Und tschüss. Tschüssli. 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 Tschüssli.